Warze, Warze, nur ein Weichenball, kommt der schwarze Mann zu dir. Mit dem kleinen Hackeballchen macht er schabe Fleisch aus dir. Du bist raus. Warze, Warze, nur ein Weichenball, kommt der schwarze Mann zu dir. Mit dem kleinen Hackeballchen macht er schabe Fleisch aus dir. Ihr solltet verfluchte Lied nicht singen, habe ich euch gesagt. Könnt ihr denn nicht hören? Was, Tee, Warze, Tee, nur ein Weichenball, kommt der schwarze Mann zu dir. Wacht, Tee, Wacht, Tee, nur ein Weichenball, kommt der schwarze Mann zu dir. Ach, Fünfzigmal könntest du Jön verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Ach, Fünfzigmal könntest du Jön verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag wohnen sie dir in den Ohren. Als ob man nicht schon genug von dem Mörder zu hören kriegte. Machst du das. Solange man sie singen hört, am nächsten Mal wenigstens. Krasa Nostrasis. Na ja, hast du wieder recht. Krasa Nostrasis. Krasa Nostrasis... Das war's für heute. Beep, 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 beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Eddie Beckmann. Ist Elsie nicht mitgekommen? Nö, mit uns ist sie nicht mitgekommen. Ich bin gut. Gut. Dankeschön. Eine neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Ja, ja. Oh, ein Blick, Herr Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke, haben Sie Elsa nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade vor mir die Treppe rauf gelaufen? Nee. Sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke. Elsie! Untertitelung im Auftrag des WDR Elsie! 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 Untertitelung des ZDF, 2020